Geschirrspül-Tabs enthalten viele schädliche Chemikalien. Geschirrspül-Tabs enthalten viele schädliche Chemikalien. Sie reinigen gut, können aber gefährlich sein, wenn sie verschluckt oder falsch gehandhabt werden. Die folgenden Informationen erklären, warum sie als giftig gelten. Starke Reinigungsmittel Viele Spülmaschinen-Tabs enthalten starke Reinigungsmittel. Sie wurden entwickelt, um Fett, Speisereste und Flecken zu entfernen. Einige davon sind Tenside, die Augen und Haut verletzen und im schlimmsten Fall zu Verbrennungen führen können, wenn man sie einatmet. Bleichmittel Diese Tabs enthalten oft Bleichmittel. Bleichmittel sorgen dafür, dass das Geschirr sauber ist und makellos aussieht. Wenn man es jedoch einatmet, kann es schwer zu atmen sein. Es kann auch gefährlich sein, es zu schlucken und es kann in Mund, Rachen und Magen brennen. Enzyme Enzyme werden verwendet, um Nahrungspartikel aufzuspalten. In den meisten Fällen sind sie unbedenklich. Manche Menschen können jedoch allergisch auf sie reagieren, insbesondere wenn sie sie berühren. Phosphate in einigen Marken Viele Hersteller haben Phosphate aus Gründen des Umweltschutzes aus dem Verkehr gezogen. Einige Spülmaschinen-Tabs können sie jedoch noch enthalten. Die Einnahme von Telefonen über den Mund kann ihre Gesundheit verschlechtern und ihre Haut reizen. Duft und Farbstoffe werden aus optischen Gründen zugesetzt. Sie können jedoch Allergien auslösen und sind für die Reinigung nicht erforderlich. Das Verschlucken oder Einatmen von konzentrierten Duft- und Farbstoffen kann schädlich sein. Konzentrierte Form Da sie konzentriert sind, können schon wenige Chemikalien giftig sein. Dies erhöht die Gefahr, dass sie verzehrt werden, insbesondere von Kindern oder Haustieren, die sie für Süßigkeiten halten könnten. Aus diesem Grund sollten Sie beim Waschen der Tabs vorsichtig sein, die Anweisungen des Herstellers befolgen und sie außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern aufbewahren. Tabs für Geschirrspüler enthalten viele starke Reinigungsmittel, die das Geschirr gut reinigen und desinfizieren sollen. Dies sind einige der beliebtesten. Es ist jedoch riskant, starke Duft- und Farbstoffe zu essen oder einzuatmen. Starke Reinigungsmittel in Tabs für Geschirrspüler Tenside. Diese Stoffe helfen, Fett und Speisereste zu zersetzen. Wenn sie verschluckt werden, können sie die Schleimhäute reizen und zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Natriumkarbonat, Soda, ist wegen seiner fettlösenden und wasserenthärtenden Eigenschaften eine häufige Zutat. Der Verzehr von Natriumkarbonat kann jedoch den Hals und den Magen reizen, das Atmen erschweren und zu Erbrechen oder Durchfall führen. Natriumkarbonat. Natriumkarbonat. Wenn es mit Wasser vermischt wird, werden Wasserstoffperoxid und Soda freigesetzt. Diese Chemikalien bleichen und reinigen. Wenn sie es essen, kann es ihre Lippen und Eingeweide verbrennen, sie krank machen und im schlimmsten Fall ihre Lunge und ihren Blutkreislauf schädigen. Enzyme, Proteasen, Amylasen, Lipasen. Diese biologischen Substanzen spalten Nahrungspartikel auf, sie sind relativ sicher. Wenn sie jedoch in konzentrierter Form eingenommen werden, können sie allergische Reaktionen hervorrufen. Sie können auch die Atemwege oder den Magendarmtrakt reizen. Mögliche Gefahren bei Verschlucken. Chemische Verbrennungen. Viele Reinigungsmittel können bei Verschlucken Verbrennungen im Mund, Rachen, in der Speiseröhre und in der Magenschleimhaut verursachen. Vergiftungen. Wenn sie diese Chemikalien verschlucken, können sie vergiftet werden und Symptome wie Übelkeit erbrechen oder Durchfall bekommen. Wenn sie große Mengen verschlucken, kann es zu Atemnot, Krampfanfällen oder sogar zur Ohnmacht kommen. Systemische Toxizität. Einige Inhaltsstoffe können Organsysteme angreifen und zu komplexeren Gesundheitsproblemen führen, die von der aufgenommenen Menge und der Geschwindigkeit der medizinischen Intervention abhängen. Gefahren beim Einatmen von konzentrierten Duft- und Farbstoffen. Reizung der Atemwege. Das Einatmen der Partikel kann Nase, Rachen und Lunge reizen und zu Husten, Niesen und Kurzatmigkeit führen. Allergische Reaktionen. Bei Personen, die empfindlich oder allergisch auf bestimmte Duft- und Farbstoffe reagieren, kann es zu schwereren Reaktionen kommen, einschließlich Asthmaanfällen oder dermatologischen Reaktionen. Chemische Überempfindlichkeit. Eine längere Exposition gegenüber diesen Stoffen kann zu chemischen Überempfindlichkeiten führen, bei denen schon eine geringe Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel und Atembeschwerden hervorrufen kann. In Anbetracht der potenziellen Risiken ist ein sorgfältiger Umgang mit Geschirrspültabletten unerlässlich. Vermeiden Sie es, Ihren Staub einzuatmen, bewahren Sie sie an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf und suchen Sie bei Verschlucken oder schädlichen Auswirkungen immer sofort einen Arzt auf. Der Verzehr von Spülmaschinentabs birgt aufgrund der Konzentration starker Reinigungschemikalien mehrere erhebliche Risiken. Hier sind einige der Hauptrisiken, die mit der Einnahme verbunden sind. Chemische Verbrennungen und Reizungen. Spülmaschinentabs können schwere Verätzungen und Reizungen in Mund, Rachen, Speiseröhre und Magen verursachen, da sie alkalische Chemikalien wie Natriumcarbonat und Natriumhydroxid enthalten. Diese Chemikalien können die Schleimhäute und Wände des Verdauungssystems verletzen. Vergiftungen. Die Chemikalien in Spülmaschinentabs können zu Vergiftungen führen mit Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen und in schweren Fällen sabbern, Atembeschwerden und Veränderungen von Blutdruck und Herzfrequenz. Die schädlichen Auswirkungen hängen davon ab, wie viel gegessen wird und wie empfindlich die Person auf die Chemikalien reagiert. Kurzatmigkeit. Wenn das Produkt bei dem Versuch, es zu schlucken, eingeatmet wird oder wenn es durch Erbrechen in die Lunge gelangt, kann dies zu Atembeschwerden führen. Dazu gehören Husten, Kurzatmigkeit und möglicherweise eine Lungenentzündung. Metabolische Veränderungen. Bestimmte Chemikalien in Geschirrspül-Tabs können bei Einnahmestoffwechselstörungen verursachen. Zum Beispiel kann sich der Säurebasenhaushalt des Körpers so verändern, dass medizinische Hilfe erforderlich ist. Schäden an inneren Organen. Diese Chemikalien können aufgrund ihrer Toxizität auch innere Organe wie die Leber und die Nieren schädigen. Dies kann zu langfristigen gesundheitlichen Komplikationen führen und erfordert unter Umständen eine intensive medizinische Behandlung. Augen- und Hautreizungen. Auch wenn kein direkter Zusammenhang mit dem Verzehr besteht, kann der Inhalt einer Waschtablette die Augen oder die Haut sehr stark reizen oder verbrennen. In Anbetracht des Potenzials für ernsthafte Schäden muss das Verschlucken von Geschirrspültabletten unbedingt als medizinischer Notfall behandelt werden. Leiten Sie bei Verschlucken kein Erbrechen ein und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bewahren Sie Spülmaschinentabs zur Sicherheit an einem Ort auf, an den Kinder und Haustiere nicht gelangen können. Stellen Sie außerdem sicher, dass jeder im Haus weiß, wie gefährlich diese und andere Haushaltschemikalien sein können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.